Harry Potter ist scheiße. Nee. Jawohl. Nee, das darfst du nicht. Sowas darf man nicht sagen. Twilight ist doch viel besser. Da gibt's nämlich wenigstens Vampire. Die Vampire sehen aber alle aus wie Schwuchteln. Edward Cullen ist voll der männliche Mann. Das heißt, bedeutet, nicht, dass Mama sage, du das aufhören solltest. Fotze. Nee. Na wohl. Nee. Fotze. Nee, du bist eine Fotze. Selber. Nee. Selber. Also sind sie mitzins. Deine글 hat mir geht. Untertitelung des ZDF, 2020